Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Gut gemacht. Zero, du bist zurück. In einem Stück. Nicht, dass ich an dir gezweifelt hätte. Ich zweifle nie an dir. Ich schweife ab. Was gibt's? Auf der Zanara. Ein Angel-Anbaum zu Asche. Das musst du hören. Was für eine unsagbare Ehre, all meine liebsten Geschwister heute hier auf der Zanara zu begrüßen. Yuko, schön dich zu sehen. Mach langsam an der Nacho-Fontäne-Schwester. Isaku, ich freue mich, dass du es einrichten konntest. Sana, schmecken dir die narianischen Zigarren? Hm, ich kann Naoko nicht sehen. Vielleicht ist sie im Bad. Da gibt's ein doppelstrahliges Bidet. Vorsicht. Unser letztes Familientreffen ist lange her. Und ich weiß, was ihr denkt. Warum verschwende ich eure Zeit? Die Antwort ist... Die Zanara. Diese Vergnügungsjacht. Als mein Erdbesitz erbaut, mit den während der Konzernkriege erbeuteten Reichtümern und Technologien. Unsere Eltern gaben uns alles, oder nicht? Und genau das ist das Problem. Statt neue Unternehmungen zu verfolgen, planschen wir in Zinsen herum. Damit meine ich euch, Isaku, Yuko, Sana. Ich finde, es wird Zeit für eine Fusion und dabei habe ich etwas ganz Besonderes im Sinn. Wir brauchen frisches Blut in der Maliwan-Familie. Doch das bedeutet leider auch, dass ich ein paar Zweige in unserem alten Familienstammbaum kappen muss. Heilige Scheiße. Er hat seine gesamte Familie umgebracht? Zero, was meinte er denn mit Zeit für eine Fusion? Äh, etwa mit Dahl? Hyperion? Tedior? Zero? Sag mir, dass er Tedior meint! Es kommen Schiffe für Katakavas Fusion. Es geht um Atlas. Wacht her? ίναι Wo Tief 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Klingel In meinem Vertrag stand irgend so eine Wettbewerbsklausel. Hab ich natürlich nicht gelesen. Wer liest schon Verträge? Großer Fehler! Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhoon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf... Oh man, Terry liebt wirklich wie ein Tier. Sieh dich um. Vielleicht liegt irgendwo ein Terminkalender rum. Nicht, dass er der Typ für ein Terminkalender ist. Da muss irgendwo ein Hinweis drin sein. Schau doch mal hinter seinen Sachen nach. Ich hinterlasse auch überall Hinweise auf meinen Aufenthaltsort. Ist so ne Angewohnheit. Eine Geheimtür? Terry ist ein Hausmeister. Was für Geheimnisse kann er haben? Ach, sag lieber nichts. Jede mögliche Antwort ist erschreckend. Oh, das ist eins der alten Skunkworks-Labore. Ich habe es dichtgemacht nach all den... Vorfällen. Das klang jetzt gruselig, aber es waren nur Papierschnitte. Das Gesundheitssystem von Promethea ist ein Albtraum und es war einfach billiger das Labor zu schließen. Jetzt bin ich nervös wegen der Papierschnitte. Schau dich weiter um, während ich meine kleinen Gummifingerhüte suche. Ja. 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 Da. Eine Giste. Eine Giste. Das war's für heute. Mein Freund ist krank und ich muss ihm helfen. Ich weiß, ich bin nur ein Hausmeister, aber ich muss etwas unternehmen. Ich habe im Econet Werbung für einen Online-Kurs in Chirurgie und Neurowissenschaften gesehen. 100%ig garantierter Abschluss. Zu Nutze... Terry? Terry, bist du das? Äh, Terry? Mir geht hier drinnen das Essen aus. Kannst du mich rauslassen? Du bist nicht Terry! Wo ist er? Was hast du mit Terry gemacht? Er sollte mich rauslassen, wenn es sicher ist. Er hat mich dagegen gehört, um mich vor den anderen zu schützen. Er wollte mich rauslassen, sobald die Luft rein ist. Aber es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Könntest du mich hier rausholen? Die Türsteuerung befindet sich auf der anderen Seite der Scheibe. Ja, genau da. Das ist die Türsteuerung. Ach, so schwach. Mann, 피�schimus, mal dran! Ah! Nacht. Mann... Mann! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Alles klar, wir sehen uns später. Ich hatte noch nie einen Freund, zumindest keinen mit zwei Beinen. Willkommen zurück, kleiner Freund. Hey! Hi! Kugeln, am Barton! Guck. 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 Ich würde meine Stiefel ja putzen, aber sie werden eh wieder dreckig. War mir ne Freude! Wach und stolz! Ah, ey! Ah, ey! Mist, ich hab gefurzt. Ob nicht ich, dass keiner durch den Anzug... Für Atlas! Alles klar, wir sehen uns später. Pass auf deinen Arsch auf! Hallo, Jäger! Alles klar! Alles klar, wir sehen uns später! Oh, ey! What the fuck? Das war ja schon übel genug, als wir uns nicht mit Banditen rumschlagen mussten. Okay. Wir sehen uns später. Das war's. Das war's. Ich bin der Rat. Ich bin der Rat. Herrliche Beute! 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 Untertitelung des ZDF, 2020